Wir sind mit zehnmal bei der Überwachung da und überwachen den Bewerb und stellen selber aber auch zwei Teams, die bei der Challenge mitmachen. Also unsere Leute stehen oben bei der Tagalutzbrücke und im Zielbereich in der Piste und sichern den Sprung ab in der Tagalutzbrücke und da unten, dass die Leute ins Kearwasser kommen und schön auserfahren können. Bis zum nächsten Mal. Wie hört es mich freuen? Gewaltig. Geil. Echter Hummer. Ja, sollten wir öfter machen. Es ist auf alle Fälle, jetzt holt es sich aus hier. Richtig geil. Macht sehr viel Spaß. Okay, wir wollen nicht strecken. Ich bin hin. Aber geil. Ist das sehr gut für das erste Mal? Ja. Perfekt. Ich bin hin. Ich bin hin. Ich bin hin. Kinderschläge. Ja. Ah ja. Ich bin hin. Untertitelung des ZDF, 2020